Ja, hallo YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Part. Letzt Bild Fallout 4. So ich wie das vorgestellt hab, klappt das nicht. Deswegen werden wir diesen Plan erstmal verwerfen. Und uns in dieser Plattform kümmern. Es kommt natürlich ein Sturm auf, wie soll's auch anders sein. So. Der steht, ne? Ja. Sollen hier noch einen? Okay. Hier können wir so einen hinmachen. Einzug mach ich hier noch welche hin. So. Ja, ich denke, am Rand wär's nicht so gut, dann spielen wieder die verrückt. So machen wir es nicht am Rand hier. Gut. Das hätten wir. Jetzt schauen wir mal, was wir hier auf eine Treppe anbauen. Bauen wir doch, ähm... Schauen wir mal, ob die geht, die hier. Die, 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 die hier. Nee. Das ist auch blöd. Ähm... Die, die von Sim Settlement vielleicht... Die, die von Sim Settlement vielleicht... Die ist breiten. Das ist nicht von Sim Settlement, aber ja Sim Settlement geeignet. Hier sowas. Das ist wohl eine neue Treppe. Na? Wo häng ich denn fest am Felsen? Ja, ich müsste trotzdem mal den Felsen wegmachen. Nein. Nee, nee. Die nicht. Hm. Ich glaube, die ist ein bisschen steiler. Die würde eher gehen. Oder? Ja, die geht eher. Okay. Wieso gehst du jetzt nicht da dran? Du schnackst doch sonst immer an. Aber auch im Felsen rein ist blöd. Oder ist es noch von der anderen Seite? Nee, kann man so lassen. Machen wir jetzt hier ab. Harten wir jetzt hin. So. Nicht so. Einmal. Nicht da. Nicht da. Nicht da. Nicht so. Die schnackt auch wieder ab, wo sie will. Kannst doch da anschnacken. Warum willst du nicht an... Dem dranne? Nein. 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 Ja, das so. Och, dass das... Nervt. So. Oh, Mann, die kleinen. Dann. Noch einen großen. Oh, komm. Seid lieb. Tu einmal das, was ich sage. Was ich will. Ja, es ist blöd. Es schnappt überall ein, wo es nicht soll. Dann lassen wir die großen. Ja, es ist blöd. So. Ein bisschen richten. Okay, hier ist die Leiter. Ich mach meinen Zaun da vorne noch. Schon zu weit? Bitte. Oh, bitte. Danke. Ich muss sagen, da wollte ich einschnackseln. Ich hätte Eichhörnchen zum Bruder zu essen sollen. Ich hätte Eichhörnchen zum Bruder zu essen sollen. Natürlich reichen die Apartments noch nicht. Gut. Ich muss uns mal was einfallen lassen. Ich muss uns mal was einfallen lassen. Aber erstmal haben wir da oben welche. Dann... Dann... Sollte ich vielleicht mal speichern. Ich möchte ein paar Sachen tauschen. Na klar doch. Ich wollte eigentlich nur schlafen. Danke. Ja. Vielleicht müssen wir noch ein Häuschen selber bauen. Aber erstmal machen wir hier ein paar Läden hin. Und sowas. Genau. Und sowas. Fangen wir mal an mit dem hier. Aber nicht direkt auf die Schiene. Nein, keine Häuser hier. So... Mr. Roboter! Gehst du bitte. So... Ich kann hier nichts hin. So ein Witz. Bisschen zu nah an der Tür. So, das kommt weg. Nein, nein. Nein, nein. Wer stört da wieder den Busch? Das und das. Das lassen wir mal hier. Äh... Wieso habe ich zwei von denen? Keine Ahnung. So. Level up. Sehr schön. Komm auch mal eben. Ich kann die eigentlich auch hier hin machen. Denn... Da kommt erst mal nix hin. Du geh auch mal da rüber. Doch mit... Könntest du beiseite? Geht das? Ach, das schwebt ja. Geht nicht. Okay. Das war ne Überlebung. Kann ich die nicht befehligen? Ach ne. Das ist auch sehr green. Kann ich Mr. Handy befehligen? Mr. Handy. Komm mal mit. Du hast da drinnen ein paar Pflanzen die ganze bewirtschaften. Ja. Gut. Ähm... Ja, Leute. Tut was. Macht was. Betten zwei. Ich dachte, wir werden mehr Betten. Sind doch am Baum. Ähm... Ja, Energie, ne? Jetzt ist die Frage. Habe ich denn Energie? Nein, nicht da. Ja, haben wir. Wo lassen wir das nieder? Wir lassen es hier... Wir lassen es hier... Erstmal. Nein, es ist auch blöd hier. Da hinten fangen wir an. Hier. Da hinten fangen wir an. Laufen. Das schwebt eben ein bisschen. So. Verbindung, wie ihr wisst, nehme ich ja gerne. Lampen. Nehmen wir die. Oder ne. Nehmen wir die. Ich muss mal eben was gucken. So. Ja. Los. Was ist los? Was ist los? So. Gut. Da muss noch was hin. Ich glaube, mir geht's nicht gut. Deswegen wäre ich irgendwie langsam. Ich habe zu wenig gegessen. Was ist los? Ich habe mir... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Na kom? Ja, das hätten wir, dann Essen 15 nur, so, verstehe, ja, gut. Du hier, du hier, muss ich euch alle zuteilen jetzt? Du, komm mit. Verstehe. Gut. Dann baut mal. Und wir müssen Strom noch nach oben verlegen. Und wir müssen noch Häuser bauen. Kann man nicht da oben draufstellen, ne? Okay. Eins, siehe. Na. Jetzt, jetzt? Nein, immer noch nicht. Jetzt. Ähm, hallo? Das ist doch nicht... Jetzt! Aber das ist doch nicht... Der Abstand ist doch... Nicht weiter als wie der. Sieh. Ja. Ja. Jetzt aber bitte, was stört denn euch? Ah, die Lampe? Hallo, ich wollte mich veräppeln. Nein, tatsächlich, die Lampe stört. Okay, Moment. Moment. Wir haben doch hier so eine Brücke. Ich komme nämlich nach oben setzen. So, kommen wir dich da. Auch dich. Und du dich jetzt da? Nein, auch nicht. Das ist auch blödsinnig. Wieso sollte die Lampe stören? Na, nicht rein. So. So. So, jetzt vielleicht nur ein Stückchen drüber. Und jetzt da dran. Kann ich dich jetzt noch ein Stückchen drüber ziehen? Nein. Ich wollte dich. Ich. Gut. Wir haben keinen Kupfer mehr. Auch gut. Was gibt's denn hier Schönes? Oh, das ist auch neu. Ja, es gibt ein paar neue Sachen. Jetzt brauchen wir ein paar Treppen. Jetzt brauchen wir ein paar Treppen. Ah ja, die ist ja ein anderes. Brauchen wir das hier. Ja, ein paar neue Sachen gibt es im Mega-Pack von SimSettlement. Ich glaube, ja, auch die Treppe drin. Seit wann das denn? Ja, egal. Ist das ein Diner oder so? Ah, Pizzeria. Genau. Pizza. Guck mal. Pizza. Mmh. Yummy, yummy. Pizza. Schön. Genau, das Gebäude ist neu. Ähm, von, ähm... Baseland 2 oder so? Das hat noch keiner. Das wird... Mal gucken was. Das auch mal gucken was. Dort... Ja, die Kuh. Kann ich die mit dem Druck da rauskriegen? Momo, komm. Komm, Momo. Die Momo, wo setzen wir die Momo hin? Die setzen wir hier hin. Gucken wir uns mal an. Es sind auch ein paar neue Häuser dabei. Das ist noch eins frei. Das nicht unbedingt. Hier ist noch eins frei. Das ist neu. Das ist neu. Das kennen wir schon. Das auch. Das ist halt wieder... Aber es hat keine Wurzeln. Deswegen akzeptiere ich das. Jetzt hätte ich wieder geschimpft. Wer von denen... Hat denn jetzt noch kein Zuhause? Das ist noch kein Zuhause. Vielleicht. Können Sie aber das machen. Sicher. Und der Spassvogel soll auch da waren. So. Wieder ein nuklearer Sturm. Ach, und der eine hat doch gar keinen Job gehabt, ne? Der hier. Komm mit. Ich hab gesehen, da ist noch was... Äh... Offen. Sauwetter. Ja, das dauert wieder da. Oder wird auch nichts. Ähm... Genauso wie das, äh... Ja... Ich weiß, wir können hoch auf die Brücke gehen. Aber... Ich weiß nicht, ob ich soll. Und wie. Müssten wir so... Müssten wir so... Tolle Konstruktionen bauen. Treppen. Da hoch. Ah, es war ein kurzer Sturm. Okay. Da tut sich was. Da tut sich nix. Ja, wie gesagt. Wir brauchen nur ein paar Häuser. Hm. Ich weiß nur nicht, wo und wie. Das muss man bis zum nächsten Partner überlegen. Was ist denn da noch machen. Was ist denn da noch machen? Hier alles wegräumen. Und hier was hinbauen noch. Das kann man eigentlich einlagern. Das kann mit rüber... Das kann mit rüber... Hier hinstellen. So. Hier können wir noch einen... Ach, Posten auch hin... Machen. Hm. 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 Tür rein. Hier rein. Und hier rein. Tröpfchen. Und hier rein. Hier rein. Und hier rein. Ach, ich habe keinen Kupfer. Für eine Lampe, oder? Haben wir wieder Kupfer? Nope. Haben wir nicht. Dann verbinde ich euch so lange mit dem. Also, wer will, Essen 21 haben wir. Da müssen wir halt drauf achten, dass die auch versorgt werden. Die Tomaten sind nicht versorgt. Auch. Blöde Kuh, geh raus. Gut, aber ich würde sagen, ich beende den Part. Vielen Dank fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentartipps und Tricks. Wie immer würde ich mich sehr drüber freuen. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, adios.